Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Pallia. Ja, wie ihr schon hören könnt, mir geht es immer noch nicht wesentlich besser. Wir haben jetzt, äh, ach ne, 12 Uhr am Morgen, doch dann müsste, glaube ich, der Markt noch offen sein. Ich bin mir nicht sicher, ich renne mal schnell rüber. Ich meine, dass der nämlich irgendwie bis morgen 6 Uhr geöffnet wäre, oder? Achso, Moment, morgen 6 Uhr? Doch, wir haben aber jetzt 12 Uhr, oder? AM ist ja morgens. Ich bin etwas verwirrt jetzt gerade. Ich schaue mal eben, ob der Markt jetzt gerade offen ist, oder ob er geschlossen ist, oder sonst irgendetwas. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, äh, dass es mir immer noch nicht wesentlich besser geht, dass ich aber hoffe, dass ich trotzdem, das war hier rum, glaube ich, ähm, dass ich trotzdem so weit aufnehmen kann, ohne jegliche Hustenanfälle zu bekommen. Er geht jetzt ins Bett. Das heißt, theoretisch müsste der Markt ja noch offen sein. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ich habe die Zeiten jetzt gerade nicht so im Kopf. Ich konnte jetzt auch einige Tage leider nicht online kommen, für die, die es mitbekommen haben, weil ich, äh, sehr, sehr stark erkältet bin. Immer noch. Und, ähm, ja, vor ein paar Tagen richtig dolle flach gelegen habe. Da ging dann gar nichts mehr. Da hättet ihr mich quasi auch fast nicht mehr gehört. So, irgendwas steht da von 3 Minuten und 21 Fangen, keine Ahnung. Ah, Kenietta, da können wir erstmal eben zurückgehen. Da müssen wir noch was abgeben. Hi! Willkommen bei Chapa-Hoot, der Heimat der Chapa-Chombas. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Das Problem ist erledigt. Und damit auch meine Abendunterhaltung. Trotzdem, du warst die Rettung in der Not. Heute Abend war es eigentlich ziemlich lustig. Danke, Gameplayerin. Ich schulde dir was. Vielleicht kannst du das hier gebrauchen? Uh, tausend Gold. Oh, oh, was ist das? Ein Spaßstofftier? Ein was-wie-wo? Ich kann nicht glauben, dass ich dachte, ich könnte auf einem Bauernhof leben. Sicher, ich sehe gerne anderen Leuten bei der Arbeit, ohne Hemd auf dem Fels. Aber das ist nichts für mich. Okay. Ähm. 37? Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh Gott, da sind ganz viele, die jetzt raus sind oder was? Ich weiß es nicht. Kann man hier wieder welche finden, die hier rumlaufen? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine absolute Katastrophe. Was ist passiert? Du solltest dich fragen, was nicht passiert ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Herzogin von diesen völligen Versagen erfährt. Wenn ich jetzt nicht einen Weg finde, die Dinge in Ordnung zu bringen, werde ich mich nie wieder bei den Unterratssitzungen blicken lassen können. Ich bin gut darin, Dinge zu reparieren. Ach, angewidert. Da bin ich mir sicher, wenn man bedenkt, wie schnell du die Chapars gefangen hast, die du auf meinem Markt losgelassen hast. Sie schienen bei Delilahs Wagen eine ziemliche Zähne verursacht zu haben. Warum sprichst du nicht mit ihr? Ich nehme an, sie haben von meinem Mann eine Einladung zum Markt erhalten. Ich habe dafür gesorgt, dass er eine an alle in der Gegend geschickt hat. Aber es ist gut möglich, dass dieser Witzbold ein paar Häuser übersehen hat. Ich habe ihm einmal die Verantwortung für unsere Hochzeitseinladung überlassen. Und er hat vergessen, ausgerechnet meine Eltern anzuschreiben. Das ist natürlich nicht so toll. Übrigens, wer es gerade knistern gehört hat, Entschuldigung. Aber ich muss mir wohl doch wieder einen Hustenbonbon reinmachen, weil ich weiß nicht, ob ich das sonst ohne Hustenanfall überstehe. Hallo. Ah, ich liebe diese Viecher. Also man kann ja anscheinend einsammeln. Die Frage ist jetzt nur... Ah ja, kann ich auch abgeben. Okay. Ich habe nur keine Aufgabe dafür. Deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Hallo, mein Lieber. Es tut mir leid, dass ich dich nicht wie sonst mit einem üblichen breiten Lächeln im Gesicht begrüßen kann. Ich bin hier, um die Stirn in Falten zu legen. Stimmt etwas nicht? Das ist eine lange Geschichte. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich mich ein bisschen beschwere. Als das Feuerwerk losging, erschraken die armen Chopas und flohen aus ihrem Gehege. Ich dachte, ich gebe ihnen ein paar Leckereien und streichle sie, bis sie sich wieder beruhigt haben. Dieser Trick funktioniert sehr gut bei den Ormus, wenn sie unruhig werden. Aber ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Die armen Babys haben sich so erschreckt, dass sie es an meiner Eismaschine ausgelassen haben. Sie haben das ganze Ding in Sekundenschnelle auseinandergenommen. Wow, so schnell. Ah, was ist jetzt los? Einzelheiten-Server, was wie wo? Gesamtsumme 99, Belohnung, besuche den Chapar-Jagd-Preisstand und deine Tickets gegen... Hä? Was für Tickets? Hilfe. Ich muss einen Screenshot machen, ich weiß nicht, was das bedeutet. Okay. Das hat man versucht, wenn man... Achso, das werde ich Ihnen nie verzeihen. Achso, den Chopas, ich habe gerade schon gedacht. Ihr? Ähm, so schnell. Das war es. Die ganze Sache war in einem Wimpernschlag vorbei. Es ist eine verdammte Schande. Jetzt, wo meine Maschine kaputt ist, kann ich wohl nicht mehr das besondere Dessert servieren, an dem ich hart gearbeitet habe, um es für den Markt zu perfektionieren. Ich kann helfen. Du kannst? Das ist die beste Nachricht, die ich heute Abend gehört habe. Wenn ihr meine Maschine wieder zum Laufen bringen könnt, werde ich den Rest des Jahres ein Loblied auf euch singen. Candy ist einer meiner besten Kunden. Er kauft mir jedes Mal Leckerlis ab, wenn er vorbeikommt. Ich habe gesehen, wer diese Chopas gefüttert hat. Ich kann es ihm nicht verübeln, dass er einen Fäbel für diese Flauschbälle hat. Ähm, ich meine, da ist die Maschine. Ich meine, die, die? Er hat doch gesagt Eismaschine, oder? Ähm, ja, nein. Da wollte ich gar nicht rein. Ich dachte, ich hätte auf J gedrückt, aber es war K. Ähm. Ja. Hä, das steht gar nicht hier drin. Wieso steht das hier nicht drin? Hm. Oh, jetzt sag mir nicht, dass ich das nicht machen kann, weil die jetzt... Nein. Weil die jetzt einfach alle abgehauen sind, oder was? Oh, es ist so nervig, ne? Immer diese blöden Zeiten. Wenn sie meine Suppe wollen, kann ich das ermöglichen. Ich trage immer eine Suppenflasche bei mir. Ii. Haben sie etwas, um eine kaputte Eismaschine zu reparieren? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ich habe vielleicht ein oder zwei Dinge. Du bist dein Lebensretter. Das habe ich in meinem Leben schon ein paar Mal gehört. Ich muss zugeben, dass es sich besonders gut anfühlt, wenn es von dir kommt. Zum Glück für dich habe ich einen Haufen Ersatzteile herumliegen. Ich werde sie dir geben, unter einer Bedingung. Ich werde das jetzt nicht mit ihnen machen. Hallo, ist das Spiel ab 18? Brauchst du mich für einen Geschmackstest? Woher wusstest du das? Bist du ein Gedankenleser oder sowas? Du musst mir nur versprechen, dass du später etwas für mich probieren wirst. Selbst ein winziger Bissen würde schon reichen. Okay. Einverstanden? Süß. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, Gameplayerin. Hier, nimm diese Ersatzteile. Dank mir später. Okay. Ich habe gesehen, wie du das Feuerwerk für Kenietta angezündet hast. Und ich dachte, ich wäre der einzige Unruhestifter in der Stadt. Nö, Kenietta auch. So, Moment. Also. Aber wir können das Ding immer noch nicht reparieren, oder? Er hat doch gesagt, die Eismaschine. Hm. Oder müsste ich jetzt wieder mit ihr reden? Das kann natürlich auch sein. Oh, das ist so nervig mit den Zeiten. Dass man nicht einfach da hingehen kann, wie bei jedem anderen Fest auch. Wenn der Tag begonnen hat, sich einen schönen Tag da machen. Nein. Man muss warten, bis es schon fast wieder Nacht ist. Dann geht man da hin. Und jetzt kann ich hier gar nichts machen. Och, Manu. Ist doch kein... Keiner zurückgeblieben, wollte ich gerade sagen. Hm. Jetzt gerade geflackert, aber das war nur ein Grafikfehler, glaube ich. Ja, ihr Lieben, es tut mir leid. Ich dachte gerade, das wäre hier so ein Viech. Ähm, es tut mir leid, aber dann müssen wir das noch verschieben. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, um wie viel Uhr das immer ist. Aber ich nehme mal stark an, dass das dann um 6 Uhr abends anfängt, weil ich habe irgendwas mit 6 Uhr im Kopf. Und, äh, da ich im Moment nicht viel im Kopf habe, weil mein Gehirn gerade ziemlich Matsche ist, wegen der Grippe. Ähm, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es auch total verpeilt. Also, ich wusste, dass irgendwie um 12 Uhr, dass man da noch hingehen konnte, war ich mir ziemlich sicher. Aber mehr... Wieso zeigt er mir nicht an, was das ist? Hm. Ach, das ist sie. Ach, ich muss mit ihr nochmal sprechen, bevor ich das reparieren kann. Oh, ist das euer Ernst? Dann kann ich da auch nichts finden. Das ist ja logisch. So, die nehmen wir noch mit, weil die sehr, sehr selten sind. Also, ich finde sie auf jeden Fall unheimlich selten. Das hier ist auch unheimlich selten. Das hier sollte eigentlich erst zu Halloween kommen. Es ist der gruselige Köcher. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich denke, um Schmetterlinge und Insekten zu fangen. Man kann ihn aber bestimmt auch dazu benutzen, um Fische zu fangen. Wir sind Zeuge dieses einzigartigen Momentes. Nein, aber scherz beiseite. Ich habe keine Ahnung, warum überall irgendwelche Sachen immer rumfliegen in diesem Spiel. Es ist ganz lustig, aber ich habe keine Ahnung, warum. Wir müssen in die Richtung, genau. Ich habe hier gerade schon völlig wieder die Orientierung verloren. Ich hoffe jetzt nur... Wie spät haben wir? 5 Uhr? Ja, da müsste sie auf jeden Fall nicht ins Bett gehen, sondern wieder wach sein. Oder immer noch wach sein. Ich glaube, die ist ja irgendwie die ganze Nacht wach, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Okay. Da hat aber einer ganz toll die Brücke repariert. Das ist mir jetzt zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Und da war nichts mehr. Ich eile, ich fliege, Delilah. Ich hoffe, das war dein Name, aber ich meine schon. Ich werde auch diesmal nicht überall stehen bleiben, wo Kupfer oder so ist, weil ich habe das Grinden aufgegeben. Nein, also ich möchte schon noch Sachen herstellen können, aber das ist so nervig mit dem Gegrinde. Also mittlerweile kenne ich mehr Leute, die das Spiel nicht mehr spielen, wegen dem ganzen Gegrinde, als Leute, die das Spiel spielen. Nur damit du es weißt, unsere Türen stehen dir immer offen. Ich habe Ersatzteile für deine Eismaschine. Das ging aber schnell. Du bist ein Segen, mein Lieber. Ich bin aber immer noch eine Libé. Mal sehen. Dieses Stück sieht aus, als würde es hierher passen. Oh, vielleicht passt das hier hin? Nein, du sollst das nicht in deine Haare reinstecken. Es ist für deine Eismaschine. Und sie atmet. Das ist ein Magi-Marktwunder-Gameplayerin. Wir haben es geschafft. Jetzt, wo sie wieder am Leben ist, kann ich endlich das besondere Dessert verkaufen, von dem ich euch erzählt habe. Nimm das, mein Lieber. Du hast es dir verdient. Eine Eiscreme-Rolle. Ja. Ähm. 100 Fokuspunkte. Das ist nicht viel, aber das ist auf jeden Fall okay. Nee, so für zwischen... Ach so. Hätte ich natürlich jetzt auch machen können. Ähm. Dann hatten wir ja ein Spaßmensch-Stofftier aus der Chapar-Hütte bekommen. Warum auch immer, ich weiß nicht, weil wir das eine da reingeworfen haben oder so, ich weiß es nicht. Ein Magi-Marktwagen. Sind die wirklich zum Aufstellen? Moment, ich kann mal eben... Ähm, so. Ach so, ich sollte mir das vielleicht markieren, sonst renne ich nämlich wieder schnurstracks dran vorbei. Sonst ist hier keiner mehr der... Nö. Sonst haben wir hier keine Quest mehr. Das ist auf der einen Seite ziemlich doof, weil dann habe ich nämlich auch nichts mehr zum Aufnehmen. Auf der anderen Seite, ähm, ermöglicht uns das... Ach, das war dieser Grüne. Ähm, ermöglicht uns das dann auch unter Umständen... Uh, 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 uh. Wieso macht er das nicht, wenn man drauf drückt, sondern erst, wenn man schon ein ganzes Stück runtergesprungen ist? Ähm, ermöglicht uns das dann... Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, dass wir ein bisschen Zeit überspringen können und dann quasi direkt zum Markt weitergehen können später. Es ist zumindest etwas Positives. Aber wir werden jetzt erstmal kurz zu Hause gucken. Ich möchte jetzt wissen, wie die Dinge aussehen. Vielleicht können wir auch den Stand hinstellen und das... Ach, das war die Blume, die so... Oh, ich dachte gerade, da wäre irgendein Viech gewesen. Ähm, vielleicht können wir auch die... Was habe ich jetzt gesagt? Äh, den Stand aufstellen und das Plüschtier so da reinstellen. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Ich bin schon viel zu weit gelaufen, oder? Nee, Moment. Ich dachte gerade schon... Hallöchen, Frau Türwärterin! So. Da sind wir. Ich habe mich natürlich eben versprochen. Das erste war natürlich der Schlüsselmacher und das zweite war der Torwächter. Äh, wir haben auch irgendwas bekommen. Post, 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 Post. Sehr gegrüßt. Ähm, ich denke... You are ready to... Achso, äh, du bist soweit, mir mit einer Spezialmission zu helfen. Okay. Okay, neue Quest angenommen. Sprich mit Hassian über den Brief. Sehr schön. Ähm, ähm... Fünf. Ich wollte das nach Möglichkeit hier hinstellen. Oh ja, das sieht gar nicht mal so... Achso, kann ich ja nur da drin. Ähm, hm. Frage ist, wo stelle ich das jetzt hin? Das ist ja überall irgendwie so ein bisschen im Weg, ne? Ähm... Ja, ich stelle es jetzt erst mal hier so ein bisschen hin. Ist nicht sehr dekorativ, ich weiß. Kann man das so... Ja, man kann das da draufstellen. Wie geil. Hallöchen. Das sieht aber richtig süß aus. Doch, das sieht gut aus. Gefällt mir. Ähm... Können wir davon... Moment. Ich muss ja schon wieder Blödsinn machen, ne? Ihr kennt das ja von mir. So. Wah, nein. Ich wollte doch nur die Maus ein bisschen anheben. Ich wollte keine zwei Bilder machen. So. Ja. Ich würde sagen, dass ich mich jetzt erst mal ein bisschen hier um, äh... das ganze Unkraut kümmere. Achso, ich wollte gerade sagen, warum hört sich das wieder so komisch an? Aber das ist, weil ich noch abernten kann. Ähm... Ich würde sagen, ich kümmere mich ein bisschen um das Unkraut hier. Und ihr, äh... Seht mich dann gleich sofort wieder, wenn der Markt wieder offen hat. Bis gleich. Äh... Okay. Ja, ihr Lieben. Ich wollte gerade eigentlich nur gesagt haben, dass ich euch angelogen habe, dass wir eigentlich ja zu Hassian wollten. Und, äh... Nicht zum Markt im Rest des Videos. Wie ihr sehen könnt, war ich fleißig am Backen. Aber auch während eurer Abwesenheit, äh... Bin ich fleißig gewesen, weil... Beziehungsweise war der PC fleißig. Weil da war ich mich auch total am Backen. Ich bin zweimal rausgeflogen worden. Zweimal rausgeflogen worden. Das ist natürlich ein tolles Deutsch. Zweimal rausgeflogen. Und, ähm... Kam beide Male nicht mehr rein. Also erst beim dritten Mal hat es endlich mal geklappt. Ich habe gehört, du hast einen besonderen Auftrag. War doch auch Zeit, dass du kommst. Tau snuck away several times this week. What? Wieso redet der jetzt wieder Englisch? Och, Mann. Guess you need a Hunter. Ja, so schritten. Sagen wir das mal einfach. Äh... Der erste gute Witz, den ich gemacht habe. Nein. Ah, ich wollte eigentlich lesen. Nicht klicken. Ähm... Er wird von Tau irgendetwas suchen in South Bahari. Also irgendwas jagen. Ähm... Während ich im Norden suche. Start up my camp in the outskirts. Also er meint jetzt aber, äh... Ja klar, Bahari. Bahari Bay. Also auf der anderen Seite. Er mag es dort bei Nacht. Okay. Whatever Tau is looking for, it must be important. Also wo immer Tau nach sucht, es muss wichtig sein. Das heißt, theoretischerweise müssten wir bei Nacht dahin, wenn ich es richtig verstehe. Er ist trainiert, nicht einfach abzuhauen. Ah... Also wenn ich es gefunden habe, worum es auch immer sich handelt, soll ich es seiner Mutter bringen, weil er wahrscheinlich dann noch am Suchen ist. Start at my camp in the outskirts. North Bahari Bay. Jetzt hat er auch Bahari Bay gesagt, genau. Near the travel sign. Okay. Outskirt im Norden. Das kennen wir alles schon. So. Outskirt im Norden. Ich muss hier überhaupt erstmal gucken, wo ich bin. Moment. Da müssen wir hin. Ich hoffe, dass die Zeit dafür noch reicht. Weil wie gesagt, ich habe keine Zeit, wann das Ganze... Äh, keine Zeit. Keine Ahnung, wann das Ganze jetzt genau anfängt. Ich meine aber, es wären 6 Uhr abends. Wenn man da rein kann. Outskirt Bahari Bay im Norden. Mal schauen. Problematisch wird es jetzt natürlich, wenn wir wirklich nachts dahin müssen. Aber wir schauen trotzdem erstmal, ob wir hier irgendwas finden können. Nimm die Spur von Tau auf. Hm. Ah, hier. Ich suche diese... Ach, da kann ich wieder nicht. Wo mache ich das daneben? Ich hasse es, dass man nicht einfach den Bereich markieren kann, wo man hin soll. Ich meine, ja, klar, man hat natürlich das Fähnchen. Aber irgendwie hatte ich da auch schon mal Probleme mit. Das weiß ich noch. Und dann mache ich mir lieber zusätzlich noch einen, äh... Oder ich hatte Probleme, weil ich mehrere Fähnchen hatte. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. 500. Das heißt, das ist auf der anderen Seite. Okay. Mit der Brücke kamen wir, glaube ich, nicht rüber, ne? Da musste ich runter. Ja, das war nur die Brücke hierfür. So, da unten ist aber ein Durchgang. Den werden wir nicht nutzen, weil der ist zu kompliziert. Ich gucke aber trotzdem, ob wir da irgendwas sehen können, was wir abbauen können. Ähm, wir nutzen den, den ich gerade im Hintergrund noch gesehen habe. Der ist viel einfacher, finde ich. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ich glaube gerade, das wäre jetzt was super Besonderes. Wieso bricht die immer wieder ab? Ist das jetzt auch noch ein Bug? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ach, wir sind schon so kurz davor, dass wir endlich die Äpfelbäume holen können. Ah, wann sind wir hier überhaupt? Ah ja, doch. Er zeigt das ein bisschen komisch an, also ob das jetzt komplett hinten links wäre. Ach nee, das ist der Eingang. Oh. Ja, und das kann sein, dass das genau das Problem gewesen ist, was ich hatte. Lass ich mich dann dauernd mit den anderen Dingen da vertan, ne? Ei, ei, ei. So, da hinten. Irgendwo hier gerade auch soll das sein, ne? Hm. Ach, das ist das, was wir auch schon mal gesehen haben. Ah, okay. Was ist das? Wachsfix, Dünger und zwei durchnässte Stiefel. Vollgetaus Spur. Ist das jetzt die Spur hier? Ah ja, doch. Da hinten geht es weiter. Man kann es also auch am Tag machen. Das ist sehr gut. Da haben wir noch was. Ein Stein ist noch dabei. Folge der Spur. Hm. Geht ja so in die Richtung hier, ne? Geht in die Richtung, aber es kommt jetzt nichts mehr. Hm. Hätte ich doch in die andere Richtung gemusst? Was eigentlich unlogisch ist, weil von der sind wir ja gekommen. Äh, super. Jetzt finde ich die Spur nicht mehr. Sowas liebe ich dann. Moment, hier unten ist auch noch was. Ah, Moment. Das war jetzt Zufall, aber okay. So, da kommen wir nicht... Ah, ne, doch, da müssen wir durch. Ach so, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein komischer Fußabdruck? Aber das war gar kein Fußabdruck. So, Moment. Moment, hier müssen wir rum. Das ist wie so eine kleine Schnitzeljagd, ne? Hinten ist auch noch was. Gefleckter Stinkkäfer. Oh. Cool, dass wir die so kriegen. Ich denke mal... Oh, er ist doch hier hoch. Wieso klettert ein Hund hier hoch? Hm. Aber? Hier hört die Spur jetzt auf. Hm. Ne, das ist keine Spur. Ach, das ist eine Krabbe. Ich dachte gerade, da ist ein Pinguin drin. Ich weiß auch nicht. Ich gucke heute irgendwie. Also, wir sind hier hoch. Dann müssten wir doch eigentlich hier in den Büschen was finden, wenn da nichts ist. Oder ist der hoch, hat sich umgedreht und ist wieder runtergesprungen, oder was? Hm. Weil von da hinten sind wir ja runtergekommen. Dann führte die Spur hier hoch. Tja, und jetzt ist der Rest der Spur weg. Da ist auch nichts. Hm. Ehrlich gesagt, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Wo kann der denn hingelaufen sein hier? Hier ist nochmal eine Spur. Ah. Da ist was. Auf jeden Fall kriegen wir viel Dünger. Dünger? Das ist aber nicht der Dünger, den wir da in das Ding reinmachen müssen, oder? Ah. Hier ist noch eine Tür. Flickering Flow Battery. Moment. Tut sich nix. Das heißt, die Batterie können wir dann auch nicht reinmachen, oder? Achso, sprich mit Sifu über die Batterie. Äh. Okay. Okay, okay. Ja, da müssen wir nochmal komplett zurück. Da muss ich jetzt aber wirklich mal eben gucken. Wir sind jetzt hier in der Mitte. Okay, in der Mitte. Das muss ich mir unbedingt merken. Und wenn ich das nicht tue, wie ich jetzt schon befürchte, dass es so ist. Also sprich, dass ich es vergesse. Dann habe ich wenigstens meine Aufnahme, wo ich nachgucken kann, wo ich gewesen bin. So. Dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt mal auf den langen Weg auf Richtung Sifu. Obwohl, nee, das ist eigentlich Blödsinn. Ich kann mich ja zurückporten in mein Haus. Das ist ja gar nicht so lang. Ja. Und dann würde ich weitergehen, wenn das Spiel nicht wieder so am Backen wäre. Ich habe jedes Mal totale Panik, dass ich rausfliege, bin ich ganz ehrlich. Das ist ein böses Wort, was ich nicht verwenden möchte. Weil das immer ein ganz, ganz böses Omen ist. So, okay. Wir reden jetzt mit Sifu darüber. Die kann uns nichts sagen, sondern verweist uns dann wahrscheinlich an Gina. Und damit haben wir dann die nächste Tür gefunden, nehme ich mal an. Moment, die ist hier wieder in der Ecke drin. Da ist sie. Howdy! Ähm, kannst du diese Batterie reparieren? Oh, das ist eine dieser alten, ähm, na, Menschenbatterien. Was willst du damit? Äh, Tau hat eine geheime Tür in Bahari Bay gefunden. Ich kann sie eventuell damit öffnen. Eine Geheimtür? Woher wusstest du, dass ich Geheimnisse liebe? Ich spreche die ganze Zeit darüber. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber... Oh, Wingeball. Aber ich kenne mich überhaupt nicht mit dieser menschlichen Technologie aus. Aber Zeki, äh, tut es. Ob wir Zeki um Hilfe erpressen können, genau. Äh, ich gehe mal hin und spreche mit ihm. Ganz ruhig, äh, heißer Schuss. Heißer Feger würde ich jetzt mal übersetzen. Ähm, wir müssen diskret sein mit diesem magischen, äh, Zeug. Go see if he can come up with a plan. Also, ja. Schau mal, ob er mit einem Plan ankommen kann, würde ich jetzt übersetzen. Äh, wenn er versucht, sich übers Ohr zu hauen, dann, äh, erinnere ihn daran, dass er mir noch einen Gefallen schuldet. Warum dieses Geheimnis, äh, in Bezug auf Magie? Oh, richtig. Ähm, ich habe vergessen, dass du es nicht weißt. Hier ist ein, äh, ja, wir nennen sich Order. Ähm, hier ist ein Orden, der nicht möchte, dass man mit diesen Dingen hantiert. Du musst mit Seki irgendwo sprechen, wo es ruhig ist. Erinnerst du dich daran, was ich gesagt habe, dass ich Geheimnisse liebe? Dies hier ist ein saftiges. Äh, Seki hat einen, äh, äh, Seki. Seki hat einen geheimen Untergrund, äh, Markt. Ähm, erzähl es niemand anderem. Nun, jeder ausser Hodari oder Najuma oder Ashura oder Rev. Ich habe es eben bereits gesagt. Okay, also Hodari, Najuma, Ashura, aber der wollte, glaube ich, nicht mitmachen, oder Rev. Mit dem Jungen kann man einfach nicht gewinnen. Ja, das, das, haben wir alles schon, komm. Äh, ich verstehe, warum er verärgert ist, habe ich, glaube ich, gesagt. So. So, müssen wir mit dir auch nochmal sprechen? Eigentlich nicht, ne? Du redest wahrscheinlich nicht mit uns darüber. Ich muss nämlich auch noch einen der Flyer loswerden, deswegen habe ich jetzt gedacht. So, da ich davon ausgehe, dass man mit dir nicht, doch, mit dem kann man sprechen, können wir über etwas Magisches sprechen? Was? Magie? Wenn irgendjemand was darüber hört oder einen singenden Stein trägt, wird er mich niemals damit in Verbindung bringen, oder sowas? Ähm, ob ich jetzt für den Orden arbeite? Nein, ich arbeite nicht für den Orden. Ich wusste es. Was, was, was? That's exactly what someone, what someone who doesn't work for the order should say. Ja, das stimmt. Und ich arbeite nicht dafür. Äh. Unless of course you gave me a one. Okay, also ich soll ihn, ähm, ähm, äh, ich soll ihn nochmal in einer sicheren Umgebung ansprechen, also da in seinem Untergrundplatz da, ähm, zu einer sicheren Uhrzeit. Late at night, ja. Hm, hm. Spiel mir ein kleines Spielchen. Ich werde dir drei Dinge über mich erzählen, von denen zwei gelogen sind und eins die Wahrheit ist. Du musst raten, was davon wahr ist, okay? Okay, erstens, ich habe die Kronjuwelen von Akwindu mit nichts weiter als einer Büroklammer und einen Lieglischee gestohlen. Zweitens, ich habe einmal an einem Überfall auf die Gruft eines Großrichters teilgenommen und dabei ein Zepter aus der alten Welt der Grimalkin gefunden. Drittens, ich kann einen Diamanten einfach so aus dem Nichts erschaffen. Welche Behauptung ist wahr? Die zweite, würde ich sagen. Wow, du weißt offensichtlich nichts über die Kultur der Malki. Ein Großrichter würde niemals so etwas grässliches wie ein Zepter benutzen. Aber ich habe natürlich eine riesige, massive Goldkrone mitgenommen. Ja, so in der Art habe ich mir das auch vorgestellt. Aber ich würde sagen, da wir jetzt schon eine wahnsinnig lange Folge haben, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und ich mache mich in der Zeit mal ganz schnell auf, damit ich doch nochmal zum Markt drüber komme. Da sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like! Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Dann darfst du dich auch gerne. Dann darfst du dich ваш Nein. He supervisiongeено. Und dann darfst du mich auch gerne Things zu machen.